Das wirklich Besondere an der Studienfachberatung ist, dass sie ausschließlich auf Wirtschaftswissenschaften spezialisiert ist und somit bestens auf die Fragen und Belange der Studierenden eingehen kann. Die Arbeit mit den Studierenden hier ist toll. Wir können unabhängig und im Interesse der Studierenden beraten und es ist einfach schön zu sehen, wenn Studierende es mit unserer Hilfe auch durch schwierige Zeiten schaffen. Damit das aber gelingt und wir viele Optionen aufzeigen können, gilt, je schlimmer, desto eher. Mein persönlicher Tipp, wir haben hier unglaublich viele Grünflächen auf dem Campus und auch direkt nebenan den großen Grüneburgpark und im Sommer ist der echt ein Traum.